Ja, hi Leute, ich mache jetzt mal ein kleines Video für zwischendurch und zwar ein Tutorial fürs iPhone für die Anfänger, wie man an einem iPhone Apps löscht. Das geht eigentlich ganz einfach. Ihr drückt auf eine beliebige App, zum Beispiel diese hier. Dann wackeln sie und ihr könnt aufs Kreuzchen drücken, dann sind sie gelöscht. Das war erstmal dazu. Ihr könnt natürlich die Anfangs-App hier, die könnt ihr leider nicht löschen, also was heißt leider, die sind halt da. Und ja, in den nächsten Zeiten werde ich noch mehr Tutorials fürs iPhone machen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentarbox schreiben, was ich für ein Thema bearbeiten soll auf dem iPhone. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.